hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer weiteren episode von pokémon sonne ich habe so ein paar pokémon nebenbei gefangen weil ich dachte okay machen wir das ich glaube da ist ein schnellerer weg hier fliegen so langweilig kenny von pony habe mit meinen englisch sprechenden freunden abgesprochen diese insel hat denselben namen seltsamerweise geheimnis und wahrscheinlich wenn tag ist es hier auch noch eine zeigerzelle top beleeber okay das war unnötig gewesen was pokémon laufen auf dem boden rum ach das soll hier ein ding sein naja es ist ungewohnt eine höhle so zu sehen ja trein der gleichen maßes wie dran leopold noch immer nicht so geiler name wie der englische so vernichtete das säure regen mal sehen wie der aussieht ja 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 meine güte hat es gut eingesteckt Gift Heap Well, that war Das war der Stuhl in den Nithaus Ooh, Akani Pabrosch Großes Hündchen Gegen Pferd Natürlich hast du eine Verbrennung ausgelöst Ja, warum nicht Wie hoch ist die Chance, dass er mich nochmal verbrennt? Hehehehe Das geht ja leider nicht Uhu, ausgerechnet Jawohl So gut wie ein Winkel Ich fühle mich beleidigt Seltsame Wege Ja ... ... ... ... ... ... ... Ich versuche wirklich, den Trainer nach dem Weg zu gehen. Warum nur? Warum? Äh. Oop. Ah. 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 Ich steck mal eben vom Taurus ab. Oder war der Ton nur, weil da ein Item gefallen ist? Ahhhh. Das ist ein Pokémon, die ich hier verabschied habe. Ich muss nun an Tim und Struppi denken. Nein, nicht Mülltreffer. Ist ja noch nicht mal wirklich effektiv. Oh nein. Okay. Ich nehme schon an. Sigh. Ich kämpfe auch nicht hier jetzt gegen alle Trainer, damit ihr nicht mich hier da 30 Minuten seht, wie ich nur ein paar Meter vorankomme. Ich kann aber gegen alle im Nachhinein noch kämpfen. Knirscher! Es ist super Effekte! Lammelux! Oh! Der Pilz hat eine Evolution! Da wäre Slime auch doch besser gewesen. Oder ist besser! Oh nein! Haha! Gifteep sollte mehr als ausreichend sein. Fee und Pflanze. Eine nette Kombination, aber allgemein recht schlicht. Oh! Feuer! Fluch! Fiaro! Figaro Figaro! Fertigaro! Fertigaro! Lass uns das in Horde! Ein Fluchtseil, gut, die Dinger sind schweineteuer. Ah. der spiel mix ganz schön besser als trainer becky ah ah gift hee ah 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 ich bin schluck am trinken solltest du nicht überleben ich bin schluck am schluck am schluck am schluck am schluck die ohren rein du hast keine chance du meinst ich bin schluck am schluck am schluck am schluck am schluck aryl Ist das der richtige Weg? Nein. Okay. Uh, Zauberschein. Eine weitere nette Feenattacke. Krokara. Huh. Teleport. Oh, da ist die Lily. Eine Frage. Wenn Lily Top-Schutz benutzt, das funktioniert nur, wenn dein erstes Pokémon höher Level ist als die wilden Pokémon. Oh, okay. Kramurx? Ach, soll der Mist. Erst mit Havitax und jetzt mit Kramurx? Ja, du hast es geschafft. Ah, haha. Ihr... Positiv denken. Danke. Tick 3. Tick 3. Oh, oh. Warum lässt du mich nicht abhauen? Endlich. Nur weil ich so langsam bin? Was? Das Hypertrank füllt viel weniger auf als früher. Er kann Energieball lernen. Das ist ja spitze. Aber der Hypertrank hat vor immer um die 200 geheilt. Das, 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 das. Das, 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 das. Das, 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 das... Dasато, das, das heißt. auf jeden Fall ist auch antic Head Hat. dann gehen wir mal raus um zurück zu setzen verdammt noch mal und warum ist dieses diktri langsamer als ich die sind doch normalerweise so schnell goldbad kann ich mit dir reden und dass du heilst danke bis echten chance dm dm dann tauschen für males pokémon vorne für kopf dm 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 Töpkelezen! Oh Gott! Oh Nein Ja Hab die Faxen dicke Oh Nein Nein Oh Professor Birk Eine Referenz zu Rubin und Saphir Du hast das falsche Pokémon vorne Mist Magnet Zonen Das ist ja richtig Probleme gegen mich Ah Verdammte Fähigkeit Stampfer Das ist ja 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 Verdammte Hülle Ich Ich gehe mit Entschlossenheit in diesen Kampf In dem Sinne geht's Los geht's Das ist ja Punkerin 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 ist kein Wort Das ist ja 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 Komm wir haben Noch immer Surferei Ah Verdammt Ich habe ein Z-Move eingesetzt Ich kann Surfers Pikachu Pamela Ach Uaah Pekka Pekka Uuuh Pekka 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 Wie bist du da hingekommen? Ach, du bist nicht, Lilly. Toll, du inspirierst dich glatt zu einem Bild. Okay. Was? Aber du hast ihm doch schon den Z-Kristall gegeben. Was? Ich würde sagen, wir beenden hier mal die Episode. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Bye! Bye!